Fläschchenzubereitung ganz einfach, schnell und unkompliziert. Der BabyBretzer Formula Pro Advanced ist die absolut fortschrittlichste Art, sofort eine warme Milchflasche zuzubereiten. Drücken Sie einfach auf den Knopf und Formula Pro Advanced mischt jedes Mal automatisch Milchpulver und Wasser. Perfekt! Ohne unnötige Luftbläschen. So vermeiden Sie Koliken bei Ihrem Baby. Der Formula Pro Advanced erspart Ihnen enorm viel Zeit. Sie können die Fläschchen für neun unterschiedliche Füllvolumen und drei verschiedene Temperatureinstellungen individuell anpassen. Die Einstellung und die Bedienung sind genau beschrieben. Durch das LCD-Bedienelement ist die Handhabung sehr einfach. Formula Pro Advanced funktioniert mit allen gängigen Milchpulverprodukten verschiedenster Marken sowie allen bekannten Flaschentypen und reicht, um bis zu 20, 240 Milliliter Fläschchen vorzubereiten. Mit dem revolutionären BabyBretzer Formula Pro Advanced wird das Fläschchen zubereiten zum Kinderspiel, ob Tag oder Nacht.